Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto Online. Wir sind hier mit unserem Kumpel, der uns hier schnell vor den Cops in der letzten Folge gerettet hat. Wie heißt der gute Mann eigentlich? Warte mal Star irgendwas. Ich kann das gar nicht lesen von hier. Warte, 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 der heißt Stardust. Stardust? Also der Stardust, ich weiß ja nicht ob der Let's Play guckt, ich weiß auch gar nicht ob der Deutsch ist. Auf jeden Fall viele Grüße an dieser Stelle und vielen Dank. Das ist natürlich ein mega Highlight gerade hier. Muss man einfach mal sagen, ich feier das extremst. Ja, ja. Ich auch. Und ey, bitte macht mal den Cinema Modus an. Mit Select ist das, oder? Ne, mit B. Boah. Alter, das ist der Oberschild. Und jetzt landet er uns wieder. Okay, dann können wir uns selber ne Heli holen, wenn wir wollen. Geil. Dann können wir zur Mission fliegen, oder? Geil. Ist die Frage, könnt ihr fliegen? Überhaupt nicht. Also zumindest lange nicht so gut wie der Stardust. Ich kann es auch schon so gut machen. Geil, nicht so wie der Stardust. Komm, 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 komm. Danke Mann. Der ist auf jeden Fall extrem geil. Muss man echt nur sagen. Hier, lass mal den... So, ich hab... E-Modes fehlen, ne? Ja, E-Modes fehlen wirklich. Aber das ist super, Alter. Alter, das ist mega geil. Mega geil. Oh nein, Heideltraut klaut nen Heli. Jetzt fängt die Scheiße wieder an. Komm rein. Alter, lass uns mal zu Cypress Flats jetzt gehen. Ein bisschen Story-Mission machen. Mit dem Helikopter oder der Heideltraut. Alter, wie geil, wie du da rausguckst. Der Heli ist aber ein bisschen... Alter, wie geil sitzt der Gronk denn bitte im Heli. Ja, ich chill ein bisschen. Wie ist das? Ich dachte, ich mach's mal easy. Alter, geil. Alter, ich bin in der Nachtsicht. Was? Was? Ich bin in Nachtsicht. Du musst mal weniger Drogen nehmen. Ey, krass, drück mal bitte, äh, nach rechts. Ja, Alter, ich bin im Nachtsichtmenü. Am Steuerkreuz. Was sieht bei mir gar nix? Weil du hinten sitzt wahrscheinlich. Also ich bin im Nachtsichtmenü. Ah, okay, ich hab sowas noch. Eine Überwachungskamera ist das. Ist jetzt aber ziemlich chillig vorne. Dass der nicht rausfällt, Alter. Ich glaube, ich muss kurz warten, bis die Sterne... Okay, jetzt sind die Sterne weg. So. Äh, wir haben aber verschieden... Boah, Hammer. Meine Ansicht gerade übergeil, Alter. Cinema-Mod-mäßig einfach nur... Alter, was ist denn da unten? Was war das denn gerade? Da unten ist irgendwas explodiert. Da unten ist ein Unfall. Okay. Ach, da hinten, krass. Nee, das kann's aber nicht gewesen sein. Wir müssen hier runter. Doch, doch, da ist explodiert. Ich hab's gesehen von hier oben. So, pass auf. Ist doch schön, oder? Ist doch schön. Schöner Dachland... Schöne Dach... Nicht-Landung. Landest du genau im Blauen, oder was? Sieht super aus. Jetzt bei der Landung auch die Nahaufnahmen gerade. Oh. Schön. Bruch. Und steigen wir aus. Danke, Dennis. Super. Gerne, gerne. Bitte. So, komm, wir gehen mal hier rein. Ah, fuck it! Alter, du hättest in den Propeller gerannt. Was? Was? Das soll doch nicht wahr sein. Und ich, Penner, wart noch 10 Stunden bei euch da. Wie er in die Propeller rein gerannt ist. Mann! Und das blieb von ihm übrig. Fuck it. Wie geil, wie geil das. Ich warte 10 Stunden, jetzt muss ich wieder da hin, Alter. Mein Charakter ist übelst am Bluten, Alter. Komm, wir hol' dich. Komm, wir hol' dich mit mir hin. Ach, du bist ja direkt... Nee, warte, ich bin ja gleich in der Ecke. Ich komm' ja gleich... Aber ich klau' jetzt keinen Wagen, weil ich hab' keinen Bock, dass Kops wieder kommen. Überall Blutergüsse im Gesicht und am Kopf. Und das blieb von ihm übrig. Guckt euch das. Alter, wie geil das mit der Aussage gerade ist. Der Oberschick gewesen, meine Fresse, Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich hab' den gar nicht gesehen. Okay, jetzt ist der Hilly aus. So, das ist die Mission. Last Team Standing. Ja? Aber da steht, du hast nicht genügend Geld. Last Team Standing. Wir sind auch 4-16 Personen. Können wir gar nicht machen, oder? 2 bis abstehen bei mir. Aber ich hab' nicht... Ich hab' zwei... Ich brauch' zwei Hunger. Du bist jetzt auf dich gestellt, was das Auslösen von Jobs oder den Beitritt... Mit... Du Jobs bitte. Ich kann nicht mitmachen. Du kannst Jobs auf verschiedene Weise beginnen. Geh' in die blaue Markierung. Wähl' im Pause-Menü Online minus Jobs. Wähl' auf deinem Telefon schneller Job oder bla 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 bla. Wenn du einen Auslösebereich betrittst, kannst du dir aussuchen, ob du einem Job beitreten oder einen neuen Job hosten willst. Mit beitreten suchst du nach anderen Jobs der gleichen Art. Ist viel zu schnell, Alter. Viele Listen... Okay. Digga ist der Spieler, der nach Abschluss aller Jobs die meisten Punkte hat. Okay. Fantastisch! Versuch' mal mitzumachen. Moment mal. Verprügel' mal ganz kurz paar Leute. Ich höre grad' die Schreie, aber ich seh' dich nicht mehr. Ich versuch' nur ein bisschen Geld zu klar... Habt ihr jetzt die Mission nicht gestartet? Ich kann leider nicht mitmachen. Warum? Ich hab' zu wenig Geld. Ich brauch' 200 Dollar. Und ich habe 35. Hä? Alter, weil du von deinem Outfit alles ausgegeben hast. Alter, bei Last Man Standing trippst du im Deathmatch gegen ein anderes Team an. Geil, aber das Problem ist, wir sind keine 4 bis 16 Leute. Wir brauchen mehr Leute. Tobi, wie sieht's aus? Dann werden... Nein, wir kriegen einen zugewiesene 100 pro unserer Crew. Warte mal, warte mal. Ich guck' grad, ob ich noch irgendwie... Kann ich dir kein Geld geben, Alter? Irgendwie? Ja, du schuldest mir noch 5 Euro. Du... Nee. Du schuldest mir noch 300. Was? Ach, für Koks. Genau. Und Nutten. Ah, ja, ja, ja. Gut, die waren mal billig dabei. Ah, das finde ich aber ein bisschen bescheuert. Und vor allem, dass der Hinweis darunter steht, dass man sich das nur online... Also, dass man sich das kaufen kann, das Richtige. Ach, cool. Ich kann das hosten. Hosten und beitreten. Außer in einer bestehenden Instanz, diese Jobs beizutreten. Die Frage ist, machen wir das jetzt, wenn der Dennis nicht dabei ist? Ist ja doof. Warte, warte, warte. Ich versuche mal ein bisschen Geld klarzumachen. Moment mal. Erforderlicher Rang 23. Du bist 4. Ähm. Ich glaube, das sollten wir ein andermal machen. Ich glaube auch. Komm, wir checken mal eine andere Mission. Autorennen oder sowas. Gibt es die auch hier, komm. Ich verlasse mal den Job. Ich auch. So. Warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Heide! Ähm. Ja, ja. Ignorier die, ignorier die einfach. Komm. Schönes Auto hier. Das sieht ja aus fast wie deiner. Der ist auch meiner. Ach so. Der wird ja immer gespawnt. Wo ist denn hier der Ong? Steig doch mal ein bisschen hier. Ich will mal hier sitzen an der Seite. Okay, jetzt sitzen wir auf beiden Seiten raus. Das ist natürlich auch cool. Super Homies unterwegs. Garten, fahren Sie uns bitte zum Restaurant. Okay, wo möchten Sie genau hin? Äh, heute mal zu Kings Prawn. Oh, oh. Alter! Alter! Oh! Wir fliegen noch. Und sofort wieder von Bullen gejagt. Äh, ich glaube wir haben einen Triebwerksschaden. Ah hier, Stardoist, 39 hat das Spiel verlassen. Übrigens. Ich glaube wir haben einen Triebwerksschaden. Aber liebe Grüße, falls du das irgendwann mal siehst, diese Folge, Alter. Das stimmt, das stimmt. Danke für den Flug. Das war super. Und dass er uns da raus geholt hat, auch einfach nur Spitze. Die Perspektive ist auch der Shit. Das freundlichste, was ich bisher erlebt habe hier bei GTA Online. Die anderen schießen immer sofort. Und wie geil sieht das denn auch jetzt bitte bei Nacht wieder aus? Hier mit dem Heli. Das stimmt. Alter. Hast ja fast den Arsch rasiert mit der Turmspitze gerade. Könnt ihr mal, warte mal, ich zeig mich mal was. Willst du aufs Hochhaus fliegen? Ja, bevor wir hier die Mission machen. Guck mal, da unten sind Autoremissionen alles. Das kann man ja alles machen. Ach, hier sind die ganzen blauen Dinger auch freigeschaltet. Jetzt seh ich das auch. Genau. Also hier ist FIB, ja. Könnt ihr euch ja denken, das ist... Oh, voll viel XP bekommen gerade dafür. Kriegen mit anderen Spielern. Plus 200 RP. Echt? Und das ist das höchste Gebäude. Ach cool. Lande mal da drauf, Alter. Kriegst du das hin? Oh, 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 oh. Ja, doch, doch. Im Notfall bereite dich vor, abzuspringen. Moment, 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 Moment. Seid zärtlich, seid zärtlich. Es sind Missionen verfügbar. Ja, ich glaube, der gerade mit... Boah, super gemacht, Alter. Richtig gut gelandet. Geil. Boah, guck mal, wie geil das aussieht. Wenn du mal so im Helikopter einmal komplett rumdrehst. Alter. Ich geh jetzt nicht nach hinten. Bitte was? Äh, ich hab's genau gewusst. Ich dachte jetzt, der haut ab. Ey, das wär aber... Alter! Ich hätt nicht sagen sollen. Ja, ja. Ey, sollen wir hier einfach mal runterspringen? Warte, warte, warte. Ich zeig dir, was cool ist. Warte. Wo bist du denn? Ach da. Alter, hier vorne. Willste aussteigen jetzt, oder was? Warte mal, warte mal. Ich hab das gefunden. Was machst du da? Es geht hier nicht. Ich wollt euch wegmotoren. Weiß nicht, ob du das kennst. Ach so, ja, das kenn ich schon. Gott sei Dank, äh, hat's nicht geklappt. Ähm, warte mal. Ich probier mal hier hochzukommen. Und probier mal jetzt an die Spitze zu gehen. Es kann sein, dass der Runterfalle. Aber ich hab hier... Ja, da brauchst du ja, äh... Mit einem Gleitschirm kannst du dann runtergleiten. Aber den haben wir ja leider nicht. Ähm, nee, ich hab hier was anderes. Kannst du da nicht anspringen? Boah, nein! Wo bist du denn? Der Gleitschirm ist da. Ja, ich hab den. Oh, der Dennis will mich immer noch umrotoren. Ey, Freunde, sucht ihr mich zufällig. Guckt mal, wo ich bin. Wo denn? Ich hab keinen Gleitschirm. Ich hab auch keinen Gleitschirm. Ich hab auch keinen Gleitschirm. Wuuuuhu. Bam! Alter, wie geil. Alter, wie übel. Selbstmord. Geil. Der Helikopter. Ich bin aufgesprungen. Alter, wie krass. Wie sagst du, ein Gleitschirm, sag mal. Ach so, ach, von zu Hause aus deinen Singleplayer-Rumspielereien, ne? Vielleicht, das kann sein. Ich hab mich selber gewundert. Bestimmt. Boah, wollen wir jetzt mal eine Mission machen hier? Komm. Alter, was war das für ein geiler Abgang bitte gerade. Ich kam mir vor, wie... Selbst, was sie sagt. ...wie sie einen Stratosphere-Jump. So, ich komm mal zu euch gerade. Ich bin ja auf dem Hausdach auf so einer Baustelle. Ich komm aber gerne zu euch geflogen. So, ich weiß ja gar nicht, wo ihr seid. Ja, wer ist denn links und rechts hier? Ah ja, ich bin in deiner Nähe, glaube ich. Heideltraut hat sich eine Karre geklaut. Wollen wir zur Walle fahren? Voila! Der muss ja da irgendwo sein. Ja, irgendwo muss ich sein hier in der Nähe auf jeden Fall. Ah, da rechts. Aus dem Weg. Hehehehe. Oder wenn wir bei der volle Baustelle mit. Oh, ich kann aber nicht einfach so... Ach, fuck. Ich muss hier irgendwie runterkommen. Ich hätte hier nicht drauf landen sollen. Wir holen dich mal ab gerade. Jo, ich probiere in der Zeit mal von dem Gebäude irgendwie runterzukommen. Auf dem Springseid, Mann. Was ist der denn? Der ist hier auf der anderen Seite? Alter, wie fährst du denn? Ja, können Sie mal bitte? Können Sie mal bitte? Ich kann, aber sieh auf mal nicht. Alter, ich bin hier auf... Verstehen Sie? Verstehen Sie? Alter, guck mal, wie mir die Fuh aussieht. Seid ihr das da unten? Tobi? Tobi, Tobi? Tobi? Machst du mal kurz Stefan Raab nach, bitte? Ja, natürlich. Guck mal, guck mal nach oben gerade, Jungs. Ach, da oben. Spring mal, Alter. Spring mal. Komm. Komm. Wir sind auch gesprungen. Wuuu. Was? Geil. Lebst du noch? Alter, da liegt sein Geld, Alter. Ich klau sein Geld. Nein. Boah, das ist voll gemein. Echt? Ne, das waren 100 Dollar. Immerhin. Immerhin. Ich kaufe dir auch, ich kaufe dir auch ein Big Mac Menü. Komm, Knopper, so mal 10. Also so kann man auch Real Life Geld tauschen. Au. Wird direkt angefahren. Kaum wieder im Spiel. Wird direkt angefahren. Wieso liegen ja Leichen rum? Ach, Dennis ist losgefahren, ne? So, komm, wir machen auch mal eine Mission. Warte, ich hab mir mal den gerade hier. Dein ist so ein Totenkopf, der klingt doch, komm, der ist doch weg. Totenkopf ist doch bestimmt Deathmatch oder so, ne? Warte mal, ich guck mal. Das ist... Ja, genau. Cool, dann machen wir mit. Komm, retten wir dahin. Hä? Ist okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Was machst du da? Könnt sich... Ich weiß das nicht, hallo, ich komm hier grad nicht weg. Den im Norden, ne? Ne, ich fahr da grad hier. Ich folg mal über Dennis. Deathmatch, ne? Wenn er den gleich meint, ja. Dann, dann genau. Ich denke, der im Norden. Uah, alter. Uua! Wer sich fragt, der Tobi, der kommt bald wieder in den Let's Plays, also... Der ist doch immer schon da gewesen. Ja, der schleicht sich immer so ein bisschen rein. Ja, aber, so mit Spielen, also auch so... Ach geil. Ich hoffe, der kann bald connecten. Ich probier's schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Nee? Mach mal. Was, Tobi? Wir verlassen uns auf dich. Mittlerweile ist es doch spät. Vielleicht klappt's jetzt. Muss ich lang, hier, ne? Muss man hier rein oder muss man aufs Dach? Ich glaube, man muss aufs Dach, oder? Ach, scheiße, ja. Wir sind falsch. Aufs Dach? Ja. Vom... Wer hat man denn nicht so aufs Dach? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Ich bin, glaube ich, richtig unterwegs. Tobi! Komm einfach mal zu mir. Wo geht's denn aufs Dach, Alter? Ja, ist so eine Auffahrt einfach. Ja, da ist irgendwo, genau. Ähm, und wie soll ich... Ach so, und dann geht's hier raus. Ich verstehe, okay. Also, ich warte auf euch mit das, ne? Ich hoffe, ich kann mitmachen. Ich hab nämlich satt 0 Dollar. Ich auch. Entschuldigung. Aber irgendwie, irgendwie muss man ja... Irgendwann hat er hier seine Karre geparkt. Ja, das war ich. Das sieht nach Sarazar aus. Ja, ist doch super. Alles gut. Naja, ich sag ja nix. Ja, ne, ja. 8 bis 16 Spieler? Cool. 8 bis 16? Wird der runtergeladen. Du hast nicht genügend Geld. Was? Verdammte Scheiße. Beitreten. 8 bis 16 Spieler? Alter, wir sind immer nur 3 Spieler. Ach so, aber die anderen werden gestellt wahrscheinlich. Ja, natürlich. Aber kann man ein Auto nicht verkaufen oder so? Warte mal, ich guck grad mal. Wird wahrscheinlich so, so, ähm, lautmäßig zusammengewürfelt, weißt du? Denk ich mal, so... Rooftop. A Deathmatch on Rockfort Plaza's Roof. Aber... Also, wenn ihr das nicht mitspielen könnt, kann ich das auch nicht spielen. Also, alleine hab ich da keinen Bock drauf. Ich bin ja... Ich spiel kann mitspielen immer, aber... Ach so. Ist ja auch blöd. Ja, Dennis braucht mal ein bisschen Kohle. Ja, auswählen, um eine neue Instanz dieses Jobs zu hosten. Guck gerade mal. Warte mal, wir können vielleicht... Machen wir gerade. Warte mal, ich probier mal gerade. Probier mal gerade reinzukommen, Dennis, weil ich bin doch an deiner Crew. Das muss doch gehen. Warte. Team Deathmatch ist zum Beispiel geil. Könnten wir gegen andere machen. Ansonsten, da hinten sind Missionen. Also, so richtige heiße Missionen, glaub ich. Ne, du hast nicht genügend Geld, sagt der. Der geht immer wieder weg. Da vorne ist doch ne Mission. Das können wir noch probieren. Hab ich das jetzt eigentlich jedes Mal bezahlt? Wenn ich das hier gestartet hab? Oder wenn ich die Mission wirklich starte? Guck mal, hier ist doch direkt ne Mission am... Also, so ne richtige Mission. Alter, wer denn da mein Auto so hinterlassen? Äh? Arsch. Alter! Da ist eins gespawnt, weil du grad rein... Ach krass. Weil du drin bist. Ja, eins gespawnt, Alter. Ohne Fahrer drin auch. Danke fürs Anschieben. Komm, wir fahren einfach hier, komm, hier. Hä? Was ist mit meiner Karre los? Wieso ist die kaputt? Ey geil, ich stehe hier auf dem Balkon. Hast du wieder geparkt, oder was? Geil! Alter, das ist der überträgte Park aller Zeiten. Guck's dir an. Du kannst doch sehen, Gronkh, von oben. Ah ne. Ich bin gar nicht mehr oben. Ach, wie krass, wie krass. Ey, das musst du aus mitpacken. Dennis, nimmst du eigentlich auf, oder nicht? Ja. Ach so, okay. Hallo, hallo. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Einmal reinspringen. Was ich aber krass finde, ist, dass die Karre auch... Warte mal, warte mal, warte mal. Halt mal an, halt mal an. Ich steig auch nochmal mit ein. Meine Karre ist ein bisschen am Arsch. Kannst du gerne machen. Ja, die ist aber auch zu mir. Warte mal, in dem Wagen geht das hier nicht. Warte, der da hinten, der da hinten. Ah, fuck den. Ach so. Der BMW-Vorschnitt, den hätte man nehmen müssen. Oder hier, den hier. Komm hier. Der ist you. Da hinten stehen welche, oder? Meine Damen und Herren. Ne, es sind alles Zweisitzer. Boah, der ist doch auch nice. Den können wir doch auch nehmen, ja. Ja, alles Zweisitzer. Das ist der BMW. Ne, das ist der S4. Ich geh nach vorne. Tschüss. Komm, Heide, komm. Ja, der Scheiß. Komm, Heide, komm. Die Heide hat mich abgedrängelt. Boah, der sieht richtig geil aus. Guck mal auf der Karte. Ist das eine Markierung? Ja, ne? Kannst du da hinfahren? Ja, das ist eine Markierung. Ja, ja, ja. Reicht mal dahin? Ey, da vorne ist ein Spieler, Freunde. Sollen wir dahin? Wenn wir lieber noch... Das ist ja ein bisschen... Ab, ab, äh, ab, 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 ab. Ja, ich bin gemein, ne? Wenn ich da ja sage, aber... Und ich hab den Schmoth auch noch nicht so wirklich probiert. Hab ich noch nicht getestet. Sag mir, wo ich lang muss, Freunde. Oh. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Geradeaus, geradeaus. Hol dir den Spieler, komm. Oh, der macht aber, glaub ich, eine Mission, oder? Was macht der? Ja, der macht irgendwas. Da ist jetzt eine Rentner... Ah, ne, da ist er. Warte, der ist wieder draußen. Komm. Er hat auf dem Motorrad... Komm, ey, Alter, der fährt auf dem Motorrad. Alter, der haut jetzt weg. Der schießt doch auf der. Was? Nein! Der haut ab. Guck mal! Wie er flitzt! Alter, da hat er sich auch gerade gelegt. Ich bin's weggeflogen. Warte, warte, warte. Du fährst vorbei, du fährst vorbei. Wo ist der, wo ist der? Der hat sich, der hat sich gelegt, ein bisschen. Pass auf, der schießt, der schießt. Aua! Ich spring wieder rein, Dennis. Der gibt Gas noch. Keine Chance, keine Chance. Alter, der haut ab. Fein hinterher, fein hinterher, fein hinterher. Ich bin dran, ich bin dran. Schnapp den in den Karre, Alter. Auf der Entfernung treff ich den nicht. Wieso, die Bullen jetzt hinter uns her? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Der wird leider nicht von den Bullen gesucht. Das ist natürlich das Problem an der Geschichte. Ich bin auf dem Weg, Leute. Okay, Alter, wir haben den gleich. Ich bin bei euch in der Nähe. Boah. Alter, scheiße. Scheiße. Ich bin mit dem Cop gegen den LKW geflogen. Der dreht um. Ja, 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 der haut ab, Alter. Der haut echt ab. Oh, der Arme, ey. Wir sind schon ein Wichser. Boah, die Bullen. Alter, wir haben ein Problem. Die Karre fährt nicht so gut, ne? Nee, die ist mittlerweile im Arsch. Shit. Ich hab einen abgekommen von den Cops. Ey, hier ist der. Der ist im Ammo-Store. Da ist der. Das ist sein Auto. Alter, was habt ihr denn angezählt? Alter, wir müssen doch rein und den wegballern. Nee, Alter. Alter, die Bullen. Bist du begloppt? Boah. Okay. Rein in die Karre, schnell. Ich hau besser noch ab. Spring rein. Spring rein, Alter. Ich warte auf dich. Nee, ich hab seine Karre gelaunt. Ach so. Der wird sich wundern. Ja, die Karre ist weg. Boah, die ist aber auch schon im Arsch, seine Karre. Kein Geschenk. Ich hab den auch übelst gecheckt. Das war so geil gerade wieder. Aber wir haben ihn erleben lassen. Eigentlich haben wir nichts, weil der hat ja auch viel Spaß. Ja, eigentlich schon. Wow, wo fahr ich denn hier hin? Ich wollte einparken. Der hat bis dem Nachhinein nicht gehabt. Als wir den Windjagd haben. Boah, Alter. Die Bullen, was machen wir? Junge, Junge, ey. Wir haben halt Cinema-Sicht. So, ihr Feuchtwischer. Wo fahren wir hin? Ja, Baby. Alter, das sieht so geil aus mit den Reifen. Ne, ich guck grad aus der Sicht des Polizeiwagen. Ja, genau, das kenn ich. Kannste auch mit Cinema. Weil du vielleicht kriegst auch mal einen. Boah, die Karre ist voll im Arsch. Alter, das ist mit dem Reifen. Ist auch... Oh, nein. Boah. Reicht das nicht schon? Aber die Kopf sind immer noch in der Zeit hier. Kommt, wir müssen mal umdrehen. Ja, ich bin hier so ein bisschen... Ich bin hier so ein bisschen vor Ort irgendwo. Genau, genau, genau. In Winewood. Und dann fahr ich einfach jetzt langsamer. Weil solange die Bullen ja nicht in der Nähe sind, checken die das auch nicht. Solange die eigentlich sehen. Warte mal, Alter. Wir müssen mal eine andere Kamera nehmen. Yeah! Bullen entkommen. Ah, die sind ohne hinter uns her. Boah. Alter, Alter. Alter, Alter. Was machst du? Ich hab ja nicht verstanden. Nee, ich glaube... Boah. Da, so aufschnell, lass ich mich ja nicht geschlagen geben. Dennis, was geht? Du bist ausgestiegen. Ja, ja. Ich wollte grad mal ein bisschen auf. Ich fahr ja grad, dass der Typ zu Amunation gefahren ist um sich. Alter, geil. Boah, der Arme. Ich würd mich abfacken. Der ist hier. Der ist hier. Ich hab ihn. Boah, ich hätt ihn beinahe geschippt. Ich hätt ihn beinahe gekriegt, Jungs. Komm zu mir. Der ist hier. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich versuch mal da... Ich versuch den zu finden gerade. Der ist auf dem Moped. Ich krieg den, Bastard. Boah, knapp vorbei. Oh, nein. Alter, wie geil ist das denn? Der haut wieder vor mir ab. Oh, fuck. Boah, der passt natürlich mit dem Motorrad durchgassen. Da passt er nicht durch. Der hat ein Motorrad jetzt? Ja. Das heißt aber, der ist verwundbar. Boah, Alter, die Karre ist voll im Arsch. Der ist im Passivmodus gegangen. Ja? Ich glaub, ja. Ey, ich bin irgendwo bei der Kirche. Könnt ihr mich bitte abholen? Alter, wie geil ist diese Nummer. Du brauchst hier gar keine Mission machen. Du musst einfach nur öffnen. Ist geil. Hier, ich hab ne neue Karre. Kannste einsteigen. Die Stange da vorne hält noch alles zusammen. Okay, Jungs. Ich bin downtown irgendwo hier am Entkommen. Okay. Ich guck mal, ob ich zu dir komme. Also wenn der Wagen an einem Stück wäre, wäre der auch nicht so geil. Boah, der ist aber schon voll damaged, wie du siehst. Ich kann kaum noch fahren mit dem. Das liegt ausnahmsweise nicht an mir, sondern einfach, dass die Steuerung gar nicht mehr geht. Habt ihr gerade auch so dunst bei euch? Ja. Ah, da hab ich den Knopf aufgemacht. Was? Ich bin oben. Alter, da ist der Typ. Da ist der Typ, der ist hier. Was? Warte, ich parke mal kurz. Wir stehen in einer Garage, Entschuldigung. Alter, der ist hier bei mir. Schöne Einfahrt. Ey, Jungs, ihr müsst schnell euch rein. Du bist hinter uns, ne? Du bist hinter uns, ne? Warte, ich komme. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Schammer. Alter. Der ist in den Passivmodus gegangen und hat sich bei dir wieder entkloakt, oder was? Ah, der hat mich weggeballert. Ne. Currywurst. Die Currywurst. Der hat mir vorhin, der hat mir vorhin eine Freundesanfrage geschickt. Das war so lustig. Alter, die Currywurst hat mir vorhin eine Freundesanfrage geschickt. Dann tut's mir ja schon fast leid für die Currywurst, dass wir ihn so gejagt haben. Hier ist jetzt einer im Passivmodus. Das sieht aus wie der Walle. Aber der hat das gut gemacht. Ich wollte eben meinen Diggis klauen. Warte mal, hast du jetzt einen Wagen für vier... Ne. Scheiße. So. Will der mitfahren? Das ist jetzt die Karre von Currywurst. Liebe Currywurst, wenn du das hier siehst, das ist deine Karre. Es tut uns leid. Ja, ich wusste ja nicht, dass ein netter Kerl ist. Wer schieß denn hier? Ich nicht. Wer hat da geschossen jetzt? Ich fahr jetzt mal hin zu ihm und entschuldige mich. Äh, der wird auf jeden Fall auf dich ballern. Weißt du, ne? Sollen wir ihn umballern? Komm. Ich weiß nicht, ich glaube der ist... Komm, Action! Also Spaß hat der auf jeden Fall an der Sache. Hey Currywurst. Guck mal hier. Guck mal, der hat aber ein geiles Motorrad. Hier versteckt er sich. Guck mal. Der ist an der Ecke. Ist so geil. Der will mit uns spielen. Der hat Spaß dran. Das merk ich doch. Der wird sich ja dann... Ja, Alter, der Dennis ist rausgesprungen gerade. Der ist hier hinten. Der versteckt sich da oben auf dem Dach, Alter. Ich hab'n. Wo ist er? Hier. Hast du den rausgejagt? Ja, der fährt raus. Oh fuck, die Bullen sind ja... Schieb mal weg. Ja, verpiss dich, Bulle. Jetzt machen wir Platz hier. Ab mit der Currywurst hier. Super. Geil. Der hat Spaß dran. Curry! Boah, Alter, meine Karre ist voll im Arsch. Boah, ich bin schon wieder tot, ey. Alter, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Das ist so geil. Curry, alte Socke. Schnauze, Bulle. Boah, mit der Karre krieg ich den auf gar keinen Fall mehr. Boah! Aber man muss sagen, er hat mich gekillt. Wir haben ihn noch nicht gekillt gekriegt. Ja, und Alter, ich kann mit der Karre nicht mehr fahren. Ich brauch' dringend ne neue Karre. Der ist echt gut, der Gute. So. So, meine Damen und Herren. Unsere Reit, unsere Reit, meine Damen und Herren. Wir versuchen ihn hier zu holen. Ist ein bisschen neblig gerade. Der ist hier rüber. Boah, Alter, ich kann... Der ist in den Kanal, der ist in den Kanal. Ja, mit der Karre kann ich nichts ausrichten. Hast du mir echt leid? Alter. Ich komm da nicht mal hinterher. Ich komm da nicht mal hinterher. Ja, ich komm aber nicht mal hinterher mit der Karre. Ich komme gerne hinterher. Du kennst mich. Ich lass mir so ne Gelegenheit nicht entgehen, aber... Ich mach' vorhin mal einen Überschlag. Ich bin bei Currywurst, Alter. Ich werd' gerade eine mit Pommes. Ach, Kacke. Komm, 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 komm. So. Grob überschlagen. Auszeichnung. Das ist ja nett. Wo ist denn Currywurst? Der haut ab. Ist das Dennis gerade? Ja, ja, komm. Warte, ich steig mal bei dir ein, weil mit meiner Karre, ganz ehrlich, da komm ich keinen Meter mehr weit. Ja, der Superflitzer hier, der holt den. Der haut einfach mal von mir ab. So, Bullen sind auch weg. So kann das Spielen gehen. Oh, ich bin mit dem Auto ins Wasser, ab in den Fluss. Das Tauchen ist ja auch obergeil. Ja, das stimmt. Aber pass auf, der Hai. Ne, der Hai. Im Kanal, im Kanal der Hai. Ja. Ist ein sehr kleiner Hai. Die Klatschnatz, mein schönes neuen Sakko. Oh, der fließt auch nicht. Scheiße. Hä? Warum bin ich denn im Passivmodus? Da hinten ist Age of Currywurst. Ja, ja. Äh, nee, Age of... Hä, hallo, schwimm nochmal. Der ist grad nicht geschwommen. Hab ihn erwischt. Ist er tot? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sehr gut. Guck mal hier, das ist ein Wagen hier. Den nehmen wir doch. Da bin ich dabei. Soll ich fahren? Du weißt, wie das endet. Fahren Sie, fahren Sie. Komm. Zu einem Stern. Wollen wir es nochmal versuchen können. Das war eine miese Falle aber auch. Ach, Alter. Da versteckt sich der immer noch. Der ist immer noch da, Dennis. Wollen wir den holen, oder? Der guckt gespawnt, der guckt gespawnt. Warte mal. Ja, aber der kommt da hinten wieder. Warte, warte. Das ist Playmissive. Alter. So. Warum bin ich plötzlich im Passivmodus? Ich weiß nicht, du warst vorhin auch schon im Passivmodus. Wo ist der denn? Ich glaube, der versteckt sich da bestimmt irgendwo. Der ist da oben bei der Öl-Raffinerie. Der läuft da grad hin. Komm, wir holen uns den mal zu Fuß, ey. Ich geh mal von der anderen Seite. Boah, der tut mir so leid. Der weiß nicht mehr, wohin. Der weiß nicht mehr, wohin. Ich brauche meine Pistole. Boah, das ist so mies. Ich umrunde den jetzt mal ein bisschen. Oh, der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Komm, holt. Ey. Currywurst hat mich umgeballert. Na gut. Komm ich da durch? Du kannst aber auch eins gegen eins Deathmatch machen, ne? Der ist richtig gut, Alter. Fuck, da komme ich nicht durch. Wer ist denn jetzt bei ihm gerade? Der rote? Oh, der hat mich auch erledigt. Schöre Schüsse, Leute. Currywurst ist super, Alter. So, komm. Ich bin wieder am Start. Jeder mag Currywurst. Ach, Alter. Geil. Da ballert der mich eins aufs andere Mal weg. Super. Der macht echt ein gutes Match hier. Muss man einfach mal sagen. Muss man ihm gestehen. Ich habe leider keine... Ey, warum starte ich denn im Passivmodus? Starte mal immer im Passivmodus. Scheiße, Alter. Ich habe mich gerade... Das gibt es ja gar nicht. Wie hat der mich denn weggepustet gerade? Alter, der hat es richtig drauf. Geil. Herr Currywurst, Respekt. Aber ich bin gerade in Deckung gegangen. Der hat mich durch den Stahlträger weggepustet. BAM! Oder an der Schulter erwischt. Ich weiß es nicht. Ich wollte mich kurz freuen. Oh, er hat Geld vor... Nein! Ich facke gerade ab. Ich bin in so eine Gasleitung. Ne, doch nicht. Oh, ich habe 100 Dollar gekriegt dafür. Okay, noch einmal 100 Dollar und ich kann eine Mission machen. Wo ist er denn jetzt? Er ist tot. Ne, da vorne. Der respawnt doch. Jetzt müsste man eigentlich nochmal über den Haufen schießen. Alle guten Dinge sind drei, meinst du, ne? Ja, dann kann man nämlich ein bisschen hier absahnen. Ja, ich glaube, wenn man es ein bisschen vorsichtiger macht, bei ihm muss man auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Ah, er kommt schon wieder. Er kommt schon wieder. Der ist ein bisschen höher, glaube ich. Wo seid ihr? Alter! Ach, Alter! Entschuldigung! Bist du dumm? Wieso, wieso, aber dann ballerst du mich weg? Ich hätte dich anvisiert, es tut mir leid. Mann, Alter! Ich habe den gerade, ich habe den gerade weggesetzt, glaube ich. Habe ich den erwischt? Ja, ne? Hä? Wen habe ich denn da umgebracht gerade? Also mich auf jeden Fall nicht. Oh, Iron94 will eine Mission mit uns starten. Wo ist der Typ, Alter? Da ist er! Ha 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 ha! Hast du ihn? Ja. Oh, dafür falle ich jetzt hier auf dem Rücken. Das ist auch schön. Hast du ihn tot gefahren? War nicht sehr heldenhaft. Nee, ich habe den aber weggeballert. Der hat sich versteckt da oben in der Brüstung. Und der ist immer noch da. Und wollte, wollte euch auflauern. Ja, ich sehe schon. Wir haben hier noch einen Job eingeladen. Wie komme ich denn hier rüber, Leute? Ah, hier, 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 hier. Der läuft jetzt da hinten lang. Das Problem ist nur, wir haben die Cops am Arsch natürlich. Und da kommen die Cops auch gerade. Ich habe die nicht im Arsch. Im Arsch? Ja. Wollte ich nur mal anmerken. Komm, wir holen mal ab hier mit der Karte, oder? Ich glaube auch. Du fährst. Aber Vorsicht, ich habe die Cops am Arsch, ne? Die hast du jetzt vielleicht auch. Hast du auch einen Stern? Hast du auch einen Stern? Jo, einen Stern. Wir können es also irgendwo unterstellen. Nein, der kommt, der kommt. Da ist er. Geht um, Jungs. Da fährt er oben, Alter. Fährt auch wie eine Sau. Wieso steigst du aus, Alter? Nee, ich dachte. Ich muss nur einmal fangestupst werden. Mach doch das Tor auf. Mann, das dauert wieder. Oh, gib Gas. Also der hat auf jeden Fall Spaß, glaube ich. Ja, hier, genau hier. Ich habe genau gesehen, wie der so lang gelaufen ist. Alter, geil. Boah, das war super. Hammer, oder? Das Problem ist nur, dass unser Freund genau hinter uns irgendwo sitzt. Scheiße. Oh. Der ist im Wasser irgendwo, glaube ich. Der schwimmt wieder irgendwo. Hier, komm. Hier, hier, hier. Irgendwo. Der ist da am Schwimmen. Der schwimmt, der schwimmt da so aus, ne? Warte, ich sehe den. Hä? Komm, ich schwimm mal hinterher. Schwimm mal hinterher, komm. So, schwimm, 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 schwimm. Was kommt drauf an? Ach, scheiße. Ich komme hier nicht raus. Alter. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Jetzt ist vorbei. Warte mal, ist denn so Bauarbeiter? Ja. Ich komme hier nicht hoch. Hä? Wie bist du da hochgekommen? Ach, nee. Wie geil, der dich umgeballert hat. Scheiße, und ich habe keine Waffe ausgewählt. Ich vollidiot. Wie geil, der dich umgeballert hat. Boah, der ist so krass. Aber ich habe two versus two. Also, ich habe ihn zweimal schon erwischt. Aber er mich auch. Der hat mich 2-0. Der hat mich einfach zweimal weggeschrottet. Kacke, ich komme jetzt nicht mehr nach oben. Wie bist du da hochgekommen, sag mal? Ich bin einfach hochgesprungen. Das kann ich nicht. Hier ist eine Leiter. Ach, jetzt geht's auf einmal. Oh, ich habe nur einen Wagen, ey. Der wird euch gefallen, der Wagen, Leute. Er ist auf dem Dach, er ist auf dem Dach, er ist auf dem Dach. Das ist eine riesige Gefahr natürlich jetzt. Nicht, wenn man genau unter dem Dach entlangläuft, dann kann er einen da eigentlich nicht erwischen. Ich bin ihm entkommen. Nein, ich bin ihm nicht entkommen. Nee, 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 der ist genau da auf dem Dach. Der hat mich dreimal weggeballert. Ich glaube, wir müssen auch mal kurz Feierabend machen für diese Episode, denn wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf. Warte, warte, warte. Wir können doch jetzt nicht, Alter, der sitzt auf dem Dach. Und ich bin genau unter ihm. Ach ja, ich bin ja nicht nachtragend. Ich meine, wir haben ihn rausgefordert. Yeah, hab ihn, ich hab ihn. Geil, der ist vom Dach gesprungen. War leider ein Fehler, aber okay. Das wusste er wahrscheinlich auch. Ach, wo seid ihr denn da hinten? Mann, ich hab einen schicken Wagen, Leute. Wo seid ihr denn da hinten? Currywurst ist wieder, Currywurst ist wieder am rumblen. Der ist wieder da. Okay, ich hab den Hals gesprungen. Wer ist das denn hier um die Ecke? Komm. Nein, Alter. Alter, jetzt mach mich hier die Passanten platt. Das ist nicht meine Runde gerade. Wer ist das denn im Wagen? Ich. Bleiben Sie mal bitte stehen. Fahren Sie mal bitte rechts ran. Wer ist denn dieser Feuerwehrmann hier? Ich hab ihn gerade gesehen. Hier ist er doch. Wer lebt denn? Da hinten, da hinten, da hinten läuft er. Ja. Oder auch. Alter, den haben wir auf jeden Fall geblättet. Alter, ihr habt die ganzen Bullen am Arsch, ne? Ohne Ende. Ja. Zum Glück bin ich unbeteiligt da. Jetzt bräuchten wir noch mal einen Heli, ne? Das wär... Currywurst ist wieder da. Ja, da hinten läuft er. Ich hab ihn. Auf der Motor überliegen. Achso, ich dachte... Hä? Boah. Jetzt wär er vor der Bullen. Ne, das bin ich. Achso, geil. Ach, geil. Du bist einer Killstealer bist du. Cool. Ich hab Kohle bekommen dafür. Jetzt ist er wieder da, hinter uns. Boah, Alter, die Bullen haben mich weggeballert. Die Bullen haben mich weggeballert. Boah, das ist so krass. Der Dennis ist hinter ihm her, glaub ich. Ey, wir sollten auch langsamer aufhören. Irgendwann ist das gemein. Oh, Artie. Die scheiß Bullen, Alter. Ich hab dir jetzt zu und so was weggebeischt. Ich... Ja, jetzt aber... Ist er weg? Okay. Ich hab noch mal das Geld eingesammelt gerade, was hier rumlag. Heideltraut im Bullenwagen, Alter. Bist du bekloppt? So, lass mal Currywurst mal lieber in Ruhe, ne? Der ist auch mal... Ist sonst so scheiße. Drei gegen ein ist auch mies. Boah, ich nehm mir auch mal den Bullenwagen hier. So, ich steck mal die Karre weg, äh, die Knarre weg. Obwohl der sich auch extra in unserer Nähe auffällt. Ich glaub, der macht das sogar echt Spaß. Und die alte ballert hier mit auf die Bullen, Alter! Steck ein, komm, steck ein hier! Warte, 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 warte! Guten Tag, ey! Warte, ich will auch so einen Bullenwagen, aber geht nicht. Wir müssen jetzt aussteigen. So, jetzt werd ich auch gesucht. Boah, bin ich auch zwei Sterne. Der war auf jeden Fall krass. Fällt sich auf jeden Fall schön an der Polizeiwagen. Du fährst doch wieder sehr elegant. Alter, das war mal gut. So, sie haben ne Vorstellung. Geil. Boah, ich hab nen Grind hingelegt gerade. Boah, Alter, schon wieder. Sollte Limousie-Service aufmachen. Soll ich packen denn hier, bis die Box weg sind? Miu, Miu, Miu! So, mal gucken, die Cops kommen nicht hierher, ne? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Sollt ihr zufällig Polizisten? Ja, danke. Wir haben ja noch keine. Kommen die? Ne, die kommen nicht, oder? Ne. Ne. Abgehangen, glaub ich. Merde! Alter! So ein Wichser. Dennis, wir verbünden uns jetzt gegen Walle. Ich glaub, komm. Wir machen am Essen der nächsten Folge, leider. Ach komm, jetzt hatten wir echt genug Spaß. Na gut, in der nächsten Folge machen wir Walle fertig. Ja genau, da können wir mich ärgern auf jeden Fall. Ich stelle mich extra dazu zur Verfügung. Und der arme Currywurst, ich hoffe du hast Spaß, Currywurst. Wir wollten dich da nicht ärgern, es ging uns einfach nur just for fun. Aber er hat uns auch gut erwischt, muss man sagen. Respekt, Respekt. Der war super, der war besser als wir 13. Wir geben dir als nächstes Mal ne Cola aus. Vor allem als ich. Ich war richtig schlecht in dieser Runde. Ich hatte einfach Pech. Bin immer weggeballert worden. Mach mal so. Aber es hat mir riesen Spaß gemacht. Es war eine riesig witzige Nummer. Und es hat halt auch gezeigt, was dieses PvP-Feeling so ausmacht. Und das ist wirklich spaßig einfach. Richtig geil. Ich freue mich echt aufs nächste Mal. Ja? Wo bist du? Hier, neben dir. Ach da. Tschüss. Okay. Macht's gut, Freunde! ich freue mich. So. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das war gut, ey. Da hat der Gronkh der Miesa-Halonke mich doch tatsächlich einfach erschossen. Ja, was sein muss, muss sein. Das war ja gerechtfertigt. Ach gut. Das stimmt schon. Und der arme Currywurst. Ja, wir bestellen ihr liebe Grüße, Alter, und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal.